Er soll eine Brücke zwischen Gesellschaft und Politik schlagen. Der neue Bürgerrat, Deutschlands Rolle in der Welt. Schirmherr ist Bundestagspräsident Schäuble, der das neue Gremium heute in Berlin vorgestellt hat. Mehr als 160 Bürgerinnen und Bürger wurden per Los ausgewählt. Ein Querschnitt durch die Bevölkerung. Die Jüngste ist 16, der Älteste 90 Jahre alt. Der Rat soll über außenpolitische Themen diskutieren und Empfehlungen an den Bundestag übergeben. Schäuble betonte, er freue sich auf die neue Form des Dialogs. Im Idealfall machen Bürgerräte zweierlei möglich. Sie bringen Menschen aus unterschiedlichen Milieus mit Experten und Abgeordneten an einen Tisch. Interessierte, die nicht ohnehin schon politisch aktiv sind, befassen sich intensiv mit unterschiedlichen Aspekten einer aktuellen politischen Frage. Und die Arbeit an einer gemeinsamen Stellungnahme stärkt das Verständnis für politische Realitäten, für die Komplexität politischer Entscheidungen. Und die Stellungnahme gibt den politisch Verantwortlichen vertiefte Einblicke in die Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger. Anders als bei Meinungsumfragen wird eben in einem Bürgerrat keine Momentaufnahme einer abgefragten Stimmung festgehalten, sondern die Stellungnahmen enthalten im Gespräch ausgehandelte Positionen. Und anders als in gezielten Bürgeranhörungen zu Bauvorhaben und Großprojekten werden nicht spezifische Eigeninteressen betroffener zusammengetragen, sondern die Beteiligten erleben in den Bürgerräten, was es heißt, mit den Meinungen anderer umgehen zu müssen und gleichzeitig das Gemeinwohl in den Blick zu nehmen. Und ich bin jetzt verbunden mit Claudine Niert, die Herr Vorsitzenden von Mehr Demokratie. Schönen guten Tag. Guten Tag, Herr Schreiber. Wir haben kurz jetzt vom Bundestagspräsidenten gehört, wie er auf diesen Bürgerrat blickt. Welches Ziel verfolgen Sie denn damit? Ja, wir brauchen Instrumente, Konsenstechniken, sagen wir, die Andersdenkende an einen Tisch bringen. Die Demokratie ist unter Druck und wir brauchen Instrumente, die nicht spalten, sondern die die Menschen wieder zusammenbringen. Und ein Bürgerrat, der zufällig ausgelost die Bürger zusammenbringt, also quasi das ganze Land an einen Tisch bringt, das ist tatsächlich ein Novum in der Demokratie. Und die Bürgerinnen und Bürger, die sollen die Frage beantworten, welche Rolle Deutschland eigentlich zukünftig in der Welt einnehmen soll. Und das Besondere daran ist, dass alle Fraktionen im Bundestag sich auf diese Fragestellung geeinigt haben. Das heißt, alle Fraktionen sind neugierig auf die Ergebnisse und beobachten auch das gesamte Format. Denn es steht auch im Raum, können solche Bürgerräte zukünftig die parlamentarische Demokratie auch langfristig unterstützen und ergänzen. Also erleben die Abgeordneten tatsächlich einen Mehrwert dadurch, dass die Bürgerinnen und Bürger so eine Fragestellung beantworten. Ja, weil Sie gerade sagen, ein Novum in der Demokratie. Aber es gab ja ein Vorbild dafür in Irland, richtig? Richtig. Unser Vorbild ist Irland. In Irland hat sich das Parlament in der gleichgeschlechtlichen Ehe und im Abtreibungsrecht nicht einigen können. Und hat die Fragen an ein zufällig zusammengesetztes Gremium gegeben und hat sich danach die Empfehlung umgesetzt, hat sie sogar noch in einem Referendum beschließen lassen. Weil Sie eben gesagt haben, sozusagen ist es ein Querschnitt der Menschen in Deutschland zufällig ausgewählt. Wie genau ist denn das dann geschehen, damit man auch tatsächlich einen solchen Querschnitt auch einigermaßen repräsentativ abbildet? Ja, also jede Bürgerin und jeder Bürger konnte ausgelost werden. Wir haben aus den Melderegistern per Zufallsalgorithmus ausgelost, und wir haben dann allerdings den Querschnitt der Bevölkerung nach vier Kriterien zusammengesetzt. Also gespiegelt quasi nach Alter, nach Geschlecht, nach Migrationshintergrund und nach Bildungsabschluss. Sodass wir tatsächlich auch einen guten Querschnitt zusammenbekommen haben. Weil Sie eben auch schon das Thema des Bürgerrats angesprochen haben, Deutschlands Rolle in der Welt. Das klingt ja schon durchaus sehr komplex und erfordert ja sicherlich auch schon tieferes Verständnis von Zusammenhängen auch. Warum haben Sie denn gerade dieses Thema ausgewählt? Ja, wir von Mehr Demokratie haben das Thema gar nicht ausgewählt. Wir organisieren den Bürgerrat. Ausgewählt hat tatsächlich der Bundestag das Thema. Er ist da mit dem Vorschlag des Bundestagspräsidenten und unserem Schirmherr Wolfgang Schäuble gefolgt und hat sich geeinigt auf dieses Thema. Und ich denke, es spielt natürlich auch eine Rolle, welches Thema am Ende einer Legislatur tatsächlich auch noch aufgegriffen werden kann. Und der Bürgerrat wird sicher eine Orientierungshilfe, also Leitlinien, einen Wegweiser für die Zukunft erarbeiten, wie sich Deutschland im Ausland verhalten soll. Aber auch konkrete Ergebnisse für die jetzt noch Restlegislatur. Und wir haben das Thema runtergebrochen. Also die Rolle Deutschlands wird in dem Themenfeld Frieden und Sicherheit eine Rolle spielen, aber auch in Wirtschaft und Handel, in Nachhaltigkeit und Entwicklung, in Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und in der Europäischen Union. Das wollte ich gerade noch sagen. Vielleicht kann man das aber auch noch ein bisschen weiter runterbrechen, weil das sind ja immer noch sehr große Oberbegriffe und Themen. Wie muss man sich das denn konkret vorstellen? Da wird also ein solches Thema in diesem Bürgerrat in den Raum gestellt und was passiert dann? Ja, die Bürgerinnen und Bürger werden dann im Bürgerrat noch mal ausgelost, auch in sogenannte Reisegruppen, die diese Themen bearbeiten und vertiefen. Und Sie müssen sich vorstellen, die Rolle Deutschlands kann man einfach beantworten, sollen wir zurückhaltend sein, sollen wir aktiv sein, sollen wir mehr Verantwortung in der Welt übernehmen. Aber das spielt natürlich in einer Wirtschaftspolitik eine andere Rolle als zum Beispiel in der Menschenrechtspolitik. Gucken Sie unsere Beziehung nach China an. Wir haben große Handelsbeziehungen nach China, die wollen wir sicher aufrechterhalten. Trotzdem erleben wir, dass China auch, was die Menschenrechte angeht, auch Probleme hervorbringt. Und wie soll Deutschland sich zum Beispiel in solchen Situationen verhalten? Darauf erhoffen wir uns Antworten, aber überhaupt auch in militärischen Auftreten im Ausland. Sicher wird auch die Drohnenfrage vielleicht eine Rolle spielen. Das werden wir jetzt im Laufe der nächsten zehn Sitzungstage sehen. Also die Bürgerräte werden zehn Tage unter der Vorsitzenden Marianne Birtler tagen und werden Ergebnisse erarbeiten, Empfehlungen erarbeiten und die dann am 19. März dem Bundestag und dem Bundestagspräsidenten übergeben. Glodiniert. Ganz herzlichen Dank. Wir sind gespannt, was da rauskommt. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch an dieser Stelle, Glodiniert. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020